Hallo und wieder herzlich willkommen bei Ossi Shisha. Wir wollen uns heute mal ein bisschen bedanken dafür, dass wir 100 Abonnenten, also über 100, mittlerweile 130 oder so haben wir gerade, wollen wir uns bedanken, indem wir mal die Öffentlichen alle vorlesen und uns halt bedanken und ich hoffe, dass es in Ordnung ist. Also wir finden es richtig cool, 130 Abonnenten. Ja, ich habe gedacht, so vielleicht mal 25 Abonnenten und dann ist es auch so. Aber ich finde es echt cool und deswegen wollen wir uns bei jedem Einzelnen bedanken und dazu zeigen wir uns mal so ein Lifehack. Ich glaube, das ist sinnlos, aber egal. Komm, dann geben wir uns jetzt ab. Genau, also mir ist letztlich spontan eingefallen, jedes Mal sieht man so an und denkt sich so, hä? Und auf jeden Fall ist es mir dann aufgefallen, dass ich da im Keller hier noch so eine Pumpe habe, zum Luftmatratz aufbauen. Die haben wir noch von der Randhutlage. Ach ja, genau, von der Randhutlage haben wir das Ding noch. Da gibt es so einen In- und Out-Steppel. Genau, und das kostet gerade mal 5 Euro. Es gibt ja hier die zum selber kaufen. Die für 20 Euro ungefähr. Ja, 20 Euro, ja, für 10 Euro. Aber eigentlich elektrisch, wenn ich unterwegs bin, wenn ich sie nicht anrauche, dann tue ich sie auch hier. Aber das ist doch super, da steckt es dran, das zeigen wir uns jetzt gleich mal. Ja, und auf jeden Fall ist es ja praktisch 5 Euro. Genau. Ich glaube, es ist so richtig sinnvoll, dass es jetzt anhält. Aber wenn es jemanden gibt, das auch nicht so für das Anrauchen ist, dann kauft ich einfach so ein blödes Ding hier und probiert es einfach mal aus. Also ich habe zum Beispiel nie richtig Bock anzurauchen. Ich denke, das kann es jetzt auch nicht immer machen, weil ich einfach keinen Bock habe. Ich habe wenigstens mehr hier zu pumpen, aber bevor wir das machen, muss ich erstmal den Kögel holen. Ja, ich habe einen Koch-Töpf als Kohlebehälter. Ist auch noch ein Lifehack. Wenn ihr nicht so einen Kohlebehälter euch kaufen wollt, nimmt einfach einen Koch-Töpf von eurer Mutter. Sagt aber nicht, dass ihr es von mir habt. So. Und wenn ihr fertig seid, nehmt ihr euch irgendeinen Töpfel Wasser drin auf die Kohle. Genau. Aber ich glaube, das weiß jeder von euch. Auf jeden Fall. Reinstecken in die Schlauch. Da habt ihr noch solche Anschlüsse. Rein. Dann gibst du in und out. Das wird ins Out rein stöpseln. Und dann geht es los mit pumpen. Hast du es drauf? Ja gut. Und los geht's. Geh mal ein bisschen eher an. So, dann. Du lässt die Luft halt aus der Shisha rausziehen. Und automatisch raucht es dann an. Ohne, dass ihr es machen müsst. Und vor allem macht ihr das gleich mal mit Muskeltraining. Eigentlich bist du so. Ja, es kann ein paar Minuten dauern. Aber. Wenn es dann so weit ist. Ach, ich weiß warum. Du musst zuhalten. Ja, warte. Ja, warte. Was ist denn? Ja, warte. Ich weiß schon. Ja, warte. Ich schieche. Es ist alles live hier. Guck, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Juj, jetzt geht's los. Jetzt seht ihr auch schon wieder raus. Oh, ey. Auch nicht einmal den ekelachten Geschmack haben. Hier, drauf ist heute. Sieht man es. Ja, ich glaube es. Auf dem Video sieht man es. Man sieht es bestimmt ein kleines Küll. der Bumpe, zumindest letztens so. Gib noch mal alles. Ja, das tut nichts. Ja, jetzt ich guck, jetzt kommt er auch. So, zu Schluss nehmen. Genau, das war mal so ein kleiner Live-Fack. Ja, schmeckt gut. Zuhalten. Ja, schmeckt gut. Also ich habe insgesamt so den ekelhaften Anfangsgeschmack. Ich weiß, dieser Life-Hack ist so sinnlos eigentlich. Ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn man keinen Bock hat, den Scheiß anzuziehen. Wenn man mal alleine raucht oder so und nicht immer anrauchen will alleine, warum nicht? Wenn man sowas da liegen hat, kann man das doch gleich noch benutzen. Auf jeden Fall ist der Anfangsgeschmack nicht da. Sofort die Fruchtnote. Was hast du überhaupt drin? Erzähl dir mal. Äh, ein wacher Blumenmint. Äh, ja, mit Goldphoenix. Äh, drei Tom Kokocha Gold. Und der Juni ist geil halt. Und ach du leck mich. Wie heißt der? Ich weiß es noch. Du Mann, glaube ich. Du Mann. L.E.T. Umsatz. So, Kohle drehen und abaschen. Und dann würde ich sagen, tun wir mal uns bedanken, he? Ja, ja. Genau. Also wir hoffen mal richtig, dass es okay für jeden, wenn es nicht okay ist. Es ist eh zu spät. Ja, aber. Ja, ja. Wir hoffen mal ist es in Ordnung. Aber wir freuen uns sehr über die ganzen Leute. Wie viel hat es gezählt? Von 14 tun uns öffentlich teilen. Ich habe mich eh verzählt. Aber ungefähr. Das finde ich richtig cool. Viele sind von Anfang an dabei. Die werden uns dann auch mal sagen, falls ich es so finde. Das ist doch. Einmal zu. Das ist doch der Reihe, Mann. Ja. Du bist halt zu, Mann. Ja, ich halt zu. Das ist doch cool. Wir haben als erstes. Darwan Fermi. Vor 21 Stunden. Danke. Vielen Dank. Luklai Peperoni. Vor einem Tag. Danke dir. Luklai Peperoni? 12 Eros. Jawohl. So, dann gibt es noch Timo Deck. Vor einem Tag. Ich danke dir. So, jetzt bist du dran. Ich lese weiter. Ach, Mann. Jonas Vierle. Vor einem Tag. Wir bedanken uns. Michael Mühlstedt. Vor einem Tag. Danke dir. Moritz heiß ich nicht. Warum heißt du dann so? Ein Tag. Ja. Vor zwei Tagen ein Abonnent. Dankeschön. Das stimmt sein Zweck, genau. Moritz heiß ich nicht. Ja. Warum? Wie heißt du dann? Ich streich noch ein bisschen. 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 Dann Fun4FH. Vor zwei Tagen. 116. Ja, Leute. Guck mal im Kanal. Guck mal, wo er es hat. Mal gucken. Aha. Zuletzt keine Aktivität. Fun4FH. Nee. Auf jeden Fall kein Video. Aber trotzdem. Vielen Dank. Aber wie hat er 116 ein Abonnent? Ja, Mann. Dann Darko Amat. Vor vier Tagen. Dankeschön. Nick Gevel. Vor vier Tagen. Vielen Dank. Janik Stemgowski. Ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Vor fünf Tagen. Danke dir. Marvin Fabisch. Vor fünf Tagen. Super. Mein Ziel nur gleichzeitig zurück und wieder vor. Du mal zuhalten wenigstens. Spar mal ziehen. Geht! Auf jeden Fall. So. Ilias Eil. Eil. Vor fünf Tagen wieder. Dankeschön. Dann Mimimaus. Mimmi-Mausi-Vor 6 Tagen Vielen Dank! Dankeschön! Da haben wir weibliche Zuschauer, oder? Wir müssen noch raschen hier. Halt mal zu bitte! Maxim Conny-Vor 6 Tagen Melissa Patschke-Vor 6 Tagen Vielen Dank! Dankeschön! Attila Warte, ich hoffe ich Olinski Vor 6 Tagen Ich hoffe ich spreche das alles richtig aus, wenn nicht Können wir auch nicht ändern Voll Assi Ich habe meine Chance gesehen und die muss ich einfach nutzen, ok? Halt lieber zu, lass mich Assi Was ist denn als nächstes? Dar dir Mit dir Beauty Channel 435 Vielen Dank! Was? 1000 Abonnenten What? So, wie hast du es geschafft? Du bist krank Okay So, was hat... Videos Vor allem kriegen wir aber auch Abonnenten Ja, Beauty Channel, alles klar Was? 4 Videos 4 4 4 5 5 5 513 513 Cool 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 7 8 7 5 10 10 10 10 10 10 10 Du kannst eh... Äh, Seng Nings... ...Its Kaka, ne... ...Its... ...Its Kaa, äh... ...Kennnis...Its Kaa. Vor einer Woche, vielen Dank. Jeden Fußballer kannst du ja auch sprechen, aber den Namen nicht. So... H-I-M an H-D Vor einer Woche. Danke dir. Dean Kessler Vor einer Woche. Dean, klingt ja super natural. Ja. Jaramil Satricha Vor einer Woche. Danke. Aileen Moore Wieder ein Mädchen. Äh... Davido Vor einer Woche. Danke. So, jetzt kommt der Nächste. Amrent Asani Vor einer Woche. Vielen Dank. Super. Black-Arab... Black-A-R-A-B-R-I... Black-A-K-A-R-I... Vor einer Woche. Vielen Dank. U-BOR Da-Name..." Wie kommt der auf die Namen? Wir müssen mal echt irgendwas Leichtes sagen, obwohl wir kommen aus dem Osten. Wir können das nicht verweisen. Das ist Talibor Mihailović. Vor einer Woche war Stefani Maier. Das ist ein schönes deutsches Name, das ist ganz einfach. Da könnt ihr aus dem Osten kommen. Danke schön. Fun Gaming Forever vor einer Woche. Gaming is cool. Und, 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 und. Internet, kack dich ab? Ja, ein Video. Grand Theft Auto. Oh, einer für dich nicht. Oh ja. Oh ja. Call of Duty. Was? Klassensetup. Cool. Call of Duty Advanced Warfare. Detroit. Jawohl. Money Glitch Next Gen. Petshit. Ich hoffe du bestinkst meine Sacki hier, oder? Ja, ja, ja. Ich glaube. WKA, unser erster Channel. Auf jeden Fall. Vielen Dank für den Auge. So. Was bekommt jetzt nichts? Der Fromme. Vor einer Woche. Ist echt Fromme? Danke schön. So, dann ach du Hämmerland. Und. Untage for the win. Vor einer Woche. Danke dir. Thomas. Ziliakis. Ziliakis. Dankeschön. Das ist griechisch. Vor einer Woche. Danke dir. Lexi. Zini-mini. Danke. Vor einer Woche. Zini-mini. Danke. Glaubst du nennen wir hier irgendwie diese? Die Kelloggs. Die Kelloggs. Ja. Ja. Die müssen wir hier kaufen, Alter. Voll gut haben. Heimat Schüttel. So. Katrim-sbrt. Vor einer Woche. Sprint oder? Nein, keine Ahnung. 5 Abos auf jeden Fall. Und vielen Dank für dein Abo. Dankeschön. Schwarzer Haare hast du. Aktiver Spritzer. Was? Was? Aktiver Spritzer? Ähm. Nur so. Wie kommst du auf den Jahn hin? Und es sieht so aus, als hälst es gut. Was? Von. Call of Duty Black Ops. Das Atomaren Zeichen. Also. Warte, hast du Videos? Aktiver Spritzer. Aktiver Spritzer. Auf jeden Fall cooler Name. Einmal bitte zu. Mich würde interessieren, wie du auf den Namen gekommen bist. Kannst du einfach unten reinschreiben. Ja, hat leider keine Videos, aber cooler Name. Aber wir haben auch immer solche Namen. Gefällt mir. Finden wir cool. So. Ach du Hammerstein. Spaced. Spaced. Vor zwei Wochen. Wundere Sprich war, aber. Danke für den Abo. AK Crafting AP. Vor zwei Wochen. Danke. Du siehst aus, als würdest du Minecraft spielen. Guter Mann. Einmal bitte zu. Ich will auch mal ziehen. Ach Mann, ich will auch mal ziehen. Tut mir leid, an der Schrogrätscher am Anfang kommen ziehen. So. Paul Robitschko. Vor zwei Wochen. Klitschko. Klitschko. Tim Herbert. Vor zwei Wochen. Dankeschön. Simon Gilbert. Dankeschön. Vor zwei Wochen. Vielen Dank. So. Weiter geht's. Joanna Wilhelm. Vor zwei Wochen. Mit deinem süßen Hund. Danke. Mustafa Durran. Vor zwei Wochen. Super. Nils Helbig. Vor zwei Wochen. Super. Dankeschön. Jetzt kommt der. Den Namen finde ich cool. Bobo zockt Bobo Games. Jawohl. Vor drei Wochen. Wir hatten aber coole Geschichten. Das haben wir gerade so gefahren. Und da sind so zwei Autos an uns vorbeigefahren. Und die hatten jetzt nochmal ein Schild. Bobo 1 und Bobo 2. Ja. Wie ist geil. Ist fett. Ja. Also seine Seite. Let's play. Untunnet. Sieht ein bisschen aus wie Minecraft. Wie. Minecraft. Ja. Alles mögliche. Auf jeden Fall hier unten ist Minecraft. Jo. Mach weiter so. Bobo zockt Bobo Gaming. Danke. So. Bobo zockt Bobo Gaming. So. Der nächste ist der Markus. Munition. für drei Wochen. Dankeschön. Golden Danny. Für drei Wochen. Thank you very much. Schauer Marcel. Für drei Wochen. Danke. Chester Samanieko. Für drei Wochen. Super. Vielen Dank. Jetzt kommt wieder ein Mädchen. Lea Körl. Für vier Wochen. Dankeschön. So. Und jetzt kommt. Unser. Ah ja. Nosechat. 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 Freak. Ja. Der Typ ist echt klasse. D. T. T. X. X. S. T. X. Vor einem Monat. просто Jedes Video ne Was ich über Shisha angeguckt hab. Hat unter gespringen. Also alles. Super. Wir machen gleich mal Nosechats. Jetzt ich ziehe, du jetzt du, ich ziehe und mach nur das Chat, dann mach nur das Chat. Ja, mach nur für dich. Zu wenig, zu wenig mehr. Mit so einer frischen Prise, ne? Wunderbar! So, da war heute Hitze, du. So, der war nur für dich, mein Mann. So, Sina liebt Schminke. Ich nicht, vor einem Monat, danke. Vielen Dank. Pains, vor einem Monat, mit dem Biohesser-Zeichen, find ich cool. Ah, der auch noch? Ja. Ja. Alperen Gökdemir, vor einem Monat. Dankeschön. Das klingt nicht an dich. Das klingt nicht an dich. Darx. Ach du, Heimerl, Darx. Synergie-F-S-A-W, vor einem Monat. Dankeschön. Marc Stumm. Danke. Bist du hier drauf? Nackt? Nein, bist du nicht. Du bist ein Rennfahrer. Cool. Yunus Emre Damiray. Für einen Monat. Dankeschön. Danke. Jeffrey. Für einen Monat. I Heart's Dubstep. Ich. Ein bisschen. Karim Melhem. Für einen Monat. Danke. Jonas. Lorenz. Lorenz. Vor einem Monat. Lorenz. Lorenz. Danke dir. So X. Der Fusion. Vor einem Monat. Danke. Der Fusion. Der Futsu. Der Futsu. Der Fusion. Gut. Pim. Ich wollte jetzt Pim nicht sagen. Und jetzt hast du dich. Pim Mock. Vor einem Monat. Danke. Kevin Park. Nee, Park. Vor einem Monat. Dankeschön. Chris Rambo. CK. Mein Auto heißt Rambo. Ja. Hat er getauft. Ich hab ja X Unfälle gehabt. Einmal Lidl. Lidl Masse. Weiß alle, wo der auf einmal herkam. Sechster Goal. Komplettere A-Säule eingedrückt. Ja. Da hättest du eigentlich alles aus. Stand- und Beugverbot. Ja. Das stimmt. Kann man ein bisschen dafür. So. Wo waren wir? So. Jetzt ist Sandro Nisteroi. Vor zwei Monaten. Dankeschön. Das haben wir. Dominik Dovecar. Vor zwei Monaten. Dovecar. 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 Vor zwei Monaten. Danke. Oh. Vor zwei Monaten. Danke. Dankeschön. One Present Gamer. Vor zwei Monaten. Hast du Videos? Das Video wird etwas länger. Nein, hast du nicht. Aber trotzdem cool von dir. Ja. So. Jetzt will ich was da noch finden. Nachgehört. Mehr als so viele Abonnenten sind. Gero Velker. Vor zwei Monaten. Bäh. Super. Titan. Vor drei Monaten. Danke. Vielen Dank. Moritz Heidmann. Vor drei Monaten. Danke. Auf jeden Fall. Danke. Auf jeden Fall. Danke. So. Jetzt kommt. Mika oder Mike. Heckelt. Vor drei Monaten. Danke. Vielen Dank. Das war das. Dashiiii. Das ist ein großes L. Nee, du bist da jetzt wieder. Achso. Achso. Alles klar. Dashi Drei. Zwei Striche. Vor drei Monaten. Danke. Danke. Fabian Stummer. Vor drei Monaten. Danke. Mika Gut. Vor drei Monaten. Alles klar. Dankeschön. Write that shit. Vor drei Monaten. Danke dir. Write that shit. Bahama Mama vor 3 Monaten 4000 Abonnenten. Nicht schlecht Junge, nicht schlecht. Du hast schon gesehen, du machst Gaming und sowas. Aber unsere Abonnenten sind trotzdem viel cooler, auch wenn es weniger sind. Jetzt kommt noch jemand. Kurkutemin Mohamed vor 3 Monaten danke dir. Paul69, magst du auch die Stellung? Vor 3 Monaten danke. Lukas Muth vor 3 Monaten danke. Kuchenherz vor 4 Monaten 650 Abonnenten. Mit Minecraft Typ. Minecraft ist immer cool von daher immer cool. So, haben wir die Zuschauer mal gesehen. So, was ist der nächste? Martin Jansen mit 6 Abonnenten vor 4 Monaten. Vielen Dank Jansen. Was haben wir noch? Europa Parkbahn Gian. Fan. Kian. Kian. Europa Park Fan. Kian. Vor 4 Monaten. Danke. Warst du schon mal da? FundFlurry vor 4 Monaten. Danke dir. So, Hashtag, Hashtag 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 Hashtag. Was lernt Zeichen von Kelsen. Ja lernt zeichen von Kelsen. Ja das alles versäumt. Ich sag's nochmal, Hashtag 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 Lachzeichen. Hashtag 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 Hashtag. Hast du alles ausgelassen? Ja das war schon für 4 Monaten. Simon Zimmer, vielen Dank. Maximilian Unger, vielen Dank. Muss alles dazu sagen? Ja, es ist erst noch vier Monate. Riepro King, fünf Monate. Tobias Müller, fünf Monate. Merlin-Jose-Lopez-Rieschmann, fünf Monate. Dr. Affenarsch, fünf Monate. Das ist auch ein schöner Name. Könnte für uns sein. Das ist echt cool, ne? Clash of Clans 100, vor fünf Monaten. Super. Maximilian Jahrmehr, vor fünf Monaten. Jume Pornflakes, vor sechs Monaten. Philipp Lenz, vor sechs Monaten. Ja, der macht den Lenz dann. So, jetzt kommt jemanden, den wir auch kennen. Der ist Tarex Gaming. Starex Gaming. Könnt ihr ruhig mal drauf geben, vor sechs Monaten. Macht Gaming, ne? Könnt ihr ruhig mal abonnieren. So. Aber das sei jetzt keine Werbung. Nein, auf keinen Fall. Das ist ja jetzt nur zufällig. Er hat uns abonniert. Ja, wir sind wieder. Was? Piria Gunnar, vor sieben Monaten. Vielen Dank. Max Lauren, vor sieben Monaten. Vielen Dank. Dab Edition Erwuchs, vor sieben Monaten mit 1.000 Abonnenten. Junge. Wie machst du denn? Lukas Müller, vor sieben Monaten. Vielen Dank. Susu. Ach, Susu ist das. Susu. Ja, Susu ist er auch, ne? Da hat man nicht gedacht. Vor sieben Monaten. Maurice Mathis, vor sieben Monaten. Maurice heißt der. Maurice, ja. Scheiße. Ich glaube, irgendwoher kenne ich den Namen. Alter, mein dunkelblutig. Irgendwoher kenne ich den, glaube ich. Halt nochmal bitte zu. Ich bin mir irgendwie bekannt von der Name. LP Felix, vor sieben Monaten. Danke. Let's play Felix. Morten Wendt, vor sieben Monaten. Vielen Dank. Danke. Lexi Bla, vor sieben Monaten. Danke. Du musst lange aufs Klo. Das sind eigentlich die, die am Anfang mit dabei waren. Ja. Super, dass ihr uns so lange habt. Vielen Dank für die lange Unterstützung. Dann kommt Abu Hamza, vor acht Monaten. Vor acht Monaten. Du warst mit einer der ersten. Ja, Alter. Ist krass. Vielen Dank. Dann hier den, da hat auch viel kommentiert. Super. Gekko Ufra, vor acht Monaten. Zwölf Abus. Danke. Vielen Dank, Alter, für die lange Zeit. Schon wieder acht Monate. Dann Alaconda. 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 Die kann bestimmt auch mit dem Arsch wackeln. Ob es ein Ding oder der ist. Vor acht Monaten. Danke. So, und hier haben wir ganz unten stehen jetzt den Harun Yilmaz. Du warst bestimmt einer der Ersten. Oder der Erste. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Super. Für deinen Support. Ja, und für die ganzen alle, wir hatten 114 jetzt ungefähr, oder 15. Für die anderen 15 oder 16, die uns nicht öffentlich teilen, auch euch danke. Also, vielleicht habe ich mich auch einfach nur verzählt. Ja, das ist auf jeden Fall alle Dankeschön. Auf jeden Fall euch auch nochmal Dankeschön. Finden wir echt super. Und wir hätten nie gedacht, dass wir als kleine Ossi so, sag ich jetzt mal, über 100 kommen. Ja, ich meine, Alter, 100, ich meine, für uns reicht das eigentlich vollkommen. Ich meine, klar, das ist cool, wenn man merkt, aber musst dir mal vorstellen, ne. 130 Leute, die uns abonniert haben, die uns zuschauen wollen. Also, ich weiß nicht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt unbedingt 1000 Abonnenten habe, brauchen oder so. Ich meine, das ist uns cool. Vielen Dank auf jeden Fall. Was wäre jetzt eigentlich mein Schlaf? Ja. Weil du ja nie zuhältst. Ich bin ja kein Zuhälter. Das ist ein Kollegen-Schwein. Darum. Darum? Äh, ja. Ist eigentlich noch irgendwas? Ist jetzt die Null dahinter, ne? Ist bestimmt auch ein Schlaf. Auf jeden Fall, äh, ja. Wir freuen uns auf 130 Schweinere, falls es soweit kommt. Ja. Und wenn andere Werte dazukommt, dann seid ihr das nächste Mal dran. Falls es der Fall sein sollte. Ja, bei 200 machen wir vielleicht wieder so ein Ding. Wir lesen wieder alle vor. Genau. Könnte es vielleicht noch viel länger gehen, aber... Wir wissen ja auch nicht, was wir alles schon vorgelesen haben. Na ja. Wir kennen ja ungefähr vor der Zeit oder so. Ja gut, das können wir machen, aber... Da können wir ja... Ja, das kriegen wir hin. Ist klar. Ja. Und eigentlich. Fleisch. Vielleicht kommen, wenn uns ein paar Lifehacks noch einfallen. Ach, wir haben ganz vergessen. Was haben wir vergessen? Das Wichtigste. Unsere Regie. Unsere Regie. Unsere Regie haben wir vergessen. Unsere Regie haben wir vergessen. Die wollen wir unbedingt mal mit Leidenschaft nehmen. Regie. Kommen Sie ran. Auch als Dankeschön. Die uns seit Anfang an dabei steht. Und natürlich unser Maskottchen auch noch mit dazu. Bis. Auf jeden Fall. Vielen Dank für die ganzen Abwürfe. Ja. Vielen Dank. Und... Selbst sagen. Guten Rauch und Geschmack. Und... Ja. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.